Bin immer noch mit meinem Dudu im Schlingdontal und dann finde ich hier Lord Saccharis äh Level 45 Ramob Oh jetzt werde ich hier gerade ein bisschen bedrängt Machen wir in meinem Kalt hier, zack 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 Wie gesagt Level 45 Humanoid Gucken wir mal Talisman des Nagalords Für Level 42, 2 Stärke 10 Ausdauer, naja gut Nichts weltberauschendes Und hier hinten nochmal ganz nett, die heilige Quelle Vielleicht wenn man gerade mal am Questen ist im Schlingdontal Das ist eine Art Heiltrank Zack, plus 388 live Naja gut Ist nicht viel, aber ich schätze mal wenn man am geringen oder kleinen Level ist Ist das doch schon ein ganz schönes Stück So, ich wünsche euch was